Hey Maurice, hast du schon die Spoiler von einer Legend-Recollection gesehen? Ash Blossom kriegt eine Reprint. Die fehlen dir doch noch, oder nicht? Eben. So, diesmal ein ganz anderes Opening von mir. Es ist ja kein richtiges Opening, eher ein kleiner Sketch. Hier seht ihr einmal, was ich gezogen habe, einmal die Secret Rares und einmal die anderen. Wie immer bei meinen Opening könnt ihr jede einzelne Karte gewinnen. Ich habe das einmal in vier Sets unterteilt. Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, welches Set ihr haben wollt. Es gibt einmal das Blue Eyes Set, einmal das Meta Set, einmal das Reste Set und natürlich die Promokarten als Set. Schreibt, welche Karte ihr haben wollt und viel Glück und euch noch einen schönen Tag. Schreibt, welche Karte ihr haben wollt und euch noch einen schönen Tag.